Hallo meine Lieben, ich grüße euch. Ich stehe vor dem Burj Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt. Letztes Jahr war ich da oben gewesen und ich hätte so richtig Bock, da mal einen Basejump runter zu machen, aber das wird nicht so einfach. Aber haben wir wieder ein Ziel für die Löffelliste, was abgearbeitet werden soll. Ja, ich grüße euch hier von der Dubai Mall. Das ist die Dubai Mall. Eben war ich da drüben in einer Shisha-Bar gewesen, wo es die beste Limonade der ganzen Welt gibt. Jeder sollte hierher kommen, jeder sollte sich das anschauen, jeder sollte es erleben. Und ja, wir von der Coaching-Union sind für euch da, um mit euch zusammen die Löffelliste zu erstellen, sie abzuarbeiten und einfach ein wunderbares Leben zu haben. Denn dieses Leben ist kurz, aber geil. Und deswegen sollte man jeden Tag etwas daraus machen. Und auch ohne Coach ist es wichtig, jeden Morgen aufzustehen und sich zu entscheiden, dies wird der beste Tag meines Lebens. Denn das Leben ist einfach herrlich. So far? Ich wünsche euch alles Gute. Und heute Abend gehe ich zusammen mit Gina zu den Toastmasters Emirates und schaue mir mal einen Club hier in den Emiraten an. Und das hatte ich auch letztes Jahr schon gemacht. Aber dieses Jahr ist mal ein anderer Club dran. Gina kommt von dem Club, wo ich das letzte Jahr war. Boat Toastmasters heißen die. Und ich freue mich auf einen wunderschönen Abend. Viele Grüße. Tschüss! Toastmasters